In Mitteleuropa sprechen etwa 100 Millionen Menschen Deutsch als Muttersprache. Deutsch ist die Amtssprache in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und eine der Amtssprachen in der Schweiz. Diese Länder nennt man die deutschsprachigen Länder. Deutsch spricht man auch in Teilen anderer Länder, Luxemburg, Belgien, Italien. Die Bundesrepublik Deutschland, so wird Deutschland offiziell genannt, ist das größte deutschsprachige Land. Die Fläche von Deutschland beträgt 357.021 Quadratkilometer. Hier leben etwa 83 Millionen Menschen. Deutschland liegt in Mitteleuropa. Es grenzt im Norden an Dänemark, im Osten an Polen und an die Tschechische Republik. Im Süden an Österreich und an die Schweiz. Im Westen an Frankreich, an Luxemburg, an Belgien und an die Niederlande. Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Das Land besteht aus 16 Bundesländern. Schleswig-Holstein, Kiel. Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. Hamburg, Hamburg. Berlin, Berlin. Bremen, Bremen. Brandenburg, Potsdam. Sachsen-Anhalt, Magdeburg. Niedersachsen, Hannover. Sachsen, Dresden. Thüringen, Erfurt. Hessen, Wiesbaden. Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. Rheinland-Pfalz, Mainz. Serland, Serbrück. Baden-Württemberg, Stuttgart. Bayern, München. Die Städte Bremen, Hamburg und...